Zuck, zuck, zuck. Boah. Also ich würde hier so eine Glasfront reinmachen zum Wasser. Wo war ich jetzt? Das fände ich schon ganz cool, aber was mache ich denn da in die Etage rein? Ist ein bisschen verband mit dem Licht, aber passt schon. Ja, ist manchmal leider ein bisschen so. In den Höhlen. Und so einfach das Licht so durchsteigt. Die Sonne geht gerade auf. Ich weiß nicht, eine unterirdische Küche? Ne. Ne, das sollte Fenster, die Küche, irgendwie mit Fenstern, stelle ich mir eher vor. Ja, das ist es! Ja, das ist es! Ich habe eine Idee. Das mache ich, das ist mir egal. Mir egal, das mache ich. Bisschen Stein brauche ich. Was ist das denn hier, da zieht? Okay, da kann ich mir auf jeden Fall schaufeln machen oder so. Dam, da, 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 da. Hier ging es zurück. Prozent die Tiefelte doch bei uns egal nicht für die Zuschauer jetzt bei mir ist gerade Tag deswegen das was ganz gut ja eine Höhle die eine Höhle ist doof ja stimmt also auf welcher Höhe bin ich denn hier ich bin sozusagen das hier ist ja Höhe Höhe von das ist ein und dieselbe Höhe das heißt dann bin ich ja auch eine sehr sehr okay okay das passt das heißt wenn ich mich geradeaus durchgraben würde würde ich irgendwann beim Wasser lang wo baue ich mich denn hier gerade lang ja wo baue ich gerade lang dann an aber ich diese Musik ist so gut einfach ich bin so froh welchen wir schon so gehalten ist dieses Spiel jetzt bleiben kann die Lichter ist das auch und er hat so weit war das haben wir uns kurz ein Blut 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 oder so habe ich noch nicht gesehen obwohl ich ja am Anfang echt lange viel aufgenommen um also ich habe das ist ja auch nichts gesehen aber ich glaube das liegt an meiner Map ich muss einfach ein bisschen reisen damit die Kinder hatte mit dieser Bioma generiert werden und ja dann wird es sich schon zeigen hier müsste jetzt gleich Wasser runter kommen nein hier nicht immer noch nicht warte ich baue mir dann aber hier zumindest ein Dings hin für die Leiter damit die nicht kaputt geht also die geht ja eh nicht kaputt Wasser so habe ich auch noch ein bisschen mehr Kohle ah ok jetzt bin ich hier dieser kann Geld gebrauchen wow und dann baue ich mir hier so Glas hin und dann habe ich so eine Küche mit Glas an der Decke und da drüber ist Wasser oh das stelle ich mir richtig richtig geil vor so hier ist noch Kohle das heißt ich gehe mal im kurzen Sand brutzeln 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 ich müsste hier nicht noch ach ne hier ist Eisen drin alles klar was ist das denn hier EARGRASS du kannst mal hau ab du kannst mal hau ab ist auch schön du kannst mal hau ab ja da zieht hab ich da zieht aber dieses Pferd ne nein da zieht es voll ooo 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 Trichtung. Einmal rum. So, da ist noch Kuhle. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel Kuhle brauche. Aber ich hatte... So, da kommt man kurz da oben drauf. Zack, 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 weg. Ich hole mir einen St. Kohle. Ah, die Spitz-Ago wird direkt ausgetauscht, wenn einest. Ja, das ist so. Cool. Ach so, jetzt brauche ich ja noch... Ich muss nur dran denken, dass man nicht noch eine hat. So, Kohle, alles mitgenommen. Wenn das Deck hier voll ist, dann ist er voll, ne? Toll. Du hast es erkannt. Oh nein, ich habe nicht mehr Platz. Okay, jetzt wiederholt sich die Musik. Das ist auch nicht schön. So. Ähm, ich gehe mal ganz kurz. Sleep, 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 sleep. Ah, ich gehe mal ganz lieb. Ja, man kann ja nachts schlafen, stimmt ja. Hey. So ich habe mal öfters gebracht. Hier, jetzt, jetzt denke ich die Leiter oder? Nee, also, ja, da auch. Aha, okay. Ich wollte gerade sagen, du hast noch mal ein Schlaf. Ja klar, ich schlaf ganz gut. Ich schlaf gut. Da ist noch ein bisschen Silber, glaube ich. Ich glaube, das könnte ja... Oh, klar war ich. und wie man sich direkt was bricht kann man runterfällt ja auch aber man nimmt keinen schaden aber trotzdem dieses k graue er kann ich bin mit dem da und zwar ich muss kurz wo ist denn das wasser ist eine dreck bei ihr Brot so sei es sich die heißen es ist das hatte wenn das Glas da so ist warum ist das denn dann das sieht aus wie das ist aber ein und derselbe Block okay wie sieht das denn aus mit dem Wasser da drüber hier packen wir dann schlicht ein bisschen naja das ist jetzt nicht so das wahre wenn ich ehrlich bin also ich fand also die Idee war geiler als die Umsetzung äh nicht die Umsetzung ich dachte das würde echt ganz gut aussehen aber letztendlich ja es ist schon cool ich mach das aber ich find die Idee cool und ich denke mir das kann richtig richtig gut aussehen und weil ich sonst eh nichts zu tun hab mach ich das einfach mal alter wie lang geht das noch ein bisschen Silber nein Eisen Eisen ja meine Güte zweimal die Tanne na weil nein ähm früher war das kein Problem wenn man Silber gesagt hat aber heute ist es ein Problem weil Silber gibt es da war so ein bisschen nur sein ja Wurzeln sie dass diese essbaren Wurzeln oder bräuchten sich sowieso für eine schwerere Führung ne ähm ich gehe noch mal in die Richtung nein da war schon Glas Glas verschwindet Glas verschwindet oh als bin ich ja komplett verwirrt ich bin hier im Kreis boah ist das cool oh ich glaub das war hier und dann ja ja ne ich weiß wieder Orientierung aufgenommen boah ist das so cool also ich ne das mach ich das ich find die Idee einfach so gut boah dieses Pferd nein du gehst mir nicht ins Schlafzimmer egal was du machst nicht das nein das ist das Viech nein aber das ist ein Tag in meinem Bett ist es vorbei mir egal ist es vorbei dann furzt das da einmal rein also oder auch nicht aber ja oder auch nicht so am Arsch man kann Eelgrass hau bitte ab dankeschön niemand braucht Eelgrass ähm das sehe ich genauso zack so oben nach oben wo ich natürlich noch bauen ich weiß nicht ob das so ne geile Idee ist hier wie sind die nicht ganz so hell egal passt schon dann esse ich ein bisschen frei nein raus aus meinem Schlafzimmer du gehst da nicht hoch nein du brauchst mich gar nicht so glücklich angucken oder traurig glücklich ich bin so glücklich ähm wie mach ich das denn jetzt glücklich ich bin so glücklich lalalalalalalalala lalalalalala ich war noch nie so glücklich in meinem ganzen Leben nicht war noch nie so glücklich ich bin es immer noch nicht glücklich warum bist du nicht glücklich weil die musik sogar alles wie meine fahne zwei eisen stock 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 zack zack und zack eine pfanne gut was bräuchte noch für dieses fisch sandwich weil darauf habe ich bock ich würde es nicht essen aber im sport ich wollte gerade sagen eier ich weiß ja da hätte ich mich gleich in einem übergeben oder torf guck mal deine hose ist so gar nix selbst gewinnt und der vorhanden das hast du jetzt gesagt Brotbrot ich hab ja gar nichts dafür für meine Güte für Stäbchenbrüche Backform die Kräste ist zu tun und sie gilt kriege ich es tun alle jetzt haben wir wollen ja gut das ist noch ein paar Worte es ist noch ein Lichter Tag aber warum ist denn dann hier ist nacht dann schlag ich einmal da unten war es doch gerade total dunkel ach so war ich die Fackel weggerissen hab ich voll Horst ich bin so ein Held ja das bist du da 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 bist du wakku 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 zack und unten so mal schau und kriegst du aus den Salat du meinst du ich krieg da Salat? ich glaube Salat kann man nicht herstellen das muss das nicht anfangen zu so wie ich was für die Leute hatte mal wasser Salat wasser Salat weil davon habe ich hier ganz viel Plan Megapack Pistia Stradiottes alles klar spanisch aufschweigend Rohstoffnahrung was kann man daraus machen ach Gartensalat und daraus wiederum kann man dann alter was kann ich damit machen ist also alter kann ich das anbauen auch aber du kannst aus dem Gartensalat den du dann daraus kriegst also sowas wie Eisberg oder Kopfsalat ja daraus kannst du dann einfach mal ein Lamaju machen oder so Lamaju und dann kennst du kein Lamaju? Lamaju ne das ist sowas wie so ein Baguette eigentlich ist es so wie eine Art Baguette aber es ist halt mit Füllung Baguette mit Füllung aber eigentlich ist es eher Teig mit Zutaten drin und dann zusammengerollt also eine zusammengerollte Pizza sozusagen wie kann ich denn herausfinden was ich mit dem da machen kann rechtsklick rechtsklick aber es muss in der in dieser Liste sein nicht im Inventar aber dann nimmst du dann nämlich nur ach so klar du musst schon rechtsklick in dieser komischen Liste da machen oder du kannst auch in den Options unter Steuerung dir eine Taste festlegen dann geht's auch im Inventar rechtsklick dann warte mal her und wie sie äh dann sicherlich vielleicht damit machen können hm du musst das unten in die Leiste eingehen ja und dann hab ich sie genau dann machst du das in dieser Tabelle also in dieser jaja und dann rechtsklick rechtsklick ja ja wenn nichts passiert dann kannst du daraus nichts bauen nein das ist ein Werkbankzeug und dann halt einfach so so laut gleich einen Garten ach so und er hat auch den Gartensalat ja 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 ich dachte das ja das muss man halt erst in der Umgebung von Fuhl wo und 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 baue ich das an und achso Gartensalat ähm ja ähm nach hoher also mit einer Hacke mit seiner Feldhacke ja nie wasser Salat oder kann ich nur Gartensalat anbauen kann ich nicht auch du kannst du kannst du diesen Gartensalat umbauen da musst du es halt um kraften in diesen und dann halt wie ganz normal füllt einfach also du baust also aus dem Wasser du kannst aus dem Wassersalat ja er hat es nur letztendlich diesen Gartensalat mit diesen Gartensalat kannst du dann den pflanzt wir an glaube ich letztendlich oder 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 brauche ich auch bald man fällt wo man sich das sind die Curry Curry Seed alter Curry Asien Reis Reis was kann ich mit Reis machen ja äh ich glaub damit kannst du sowas wie ähm wie heißt das denn so ein ganz typisches chinesisches Gericht Nudeln ja ähm ja aber da raus Sushi Sushi ja ich weiß nicht aus was Sushi besteht keine Ahnung aber ich glaub ich glaub da sind ich hab keine Ahnung da kannst du mich echt nicht fragen keine Ahnung das ist ja auch weiß 3 uhr 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 grüner Farbstoff und das ja ich glaub der Salat reicht erstmal weil was also ich muss ja gucken wegen meiner Aufnahme äh Plade ok 11 GB hab ich noch frei ich nehm aber schon wieder eine Stunde auf ich bin ja auch echt wow ich das halt auch und was hab ich jetzt in der eine Stunde geschafft ich hab ne Idee für ne Küche wow ich hab genug geschafft auf jeden Fall ja du bist du bist tatsächlich ganz fleißig und gut dabei oh mein muss man ja mal einfach sagen ich glaub hier würde ich dann so ne Nische rein machen so ne Wand vielleicht so ne ja mei Paper Wand und dann hier so S-Bereich genau ich glaub hier nehm ich immer die Blöcke dann raus ich glaub das mach ich ich glaub du mach hier bei oder ich mach halt ach ich weiß nicht weil S ich falle mal da runter so boah du ich kann echt nicht mehr so lange machen weil ich bin langsam echt durch ich hab dann nämlich heute 4 Stunden Minecraft aufgenommen ne mehr schon mehr schon jetzt schon mehr aber nein es ist nicht so wie gesagt du weißt dass es mir Spaß macht ja 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 ich bin halt einfach nur nach einer Zeit echt durch und ich muss halt auch gleich einfach mal was essen ich mein ich bin fett genug aber boah ne ich meine ne wenn ich dir das sage dann denkst du ich bin richtig fett aber so fett bin ich gar nicht ich bin fett aber nicht so fett weißt du was ich meine ja klar ah nein da ist ja Dingswasser da ist ja Wasser Loodle 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 achso ganz wichtig ähm ne das sage ich dir später das ist alles in Ordnung ist da Glas? da ist kein Glas so warum mache ich das jetzt eigentlich ich meine das hier hätte ich doch weglassen können oder nicht warte ich guck mal ganz kurz von oben na du blöder Gaul wo bist du ja da wo du hingehörst Müll so was achso ist gebraten ah oder ich mach das so das würde ich sogar noch geiler finden geht das denn überhaupt wenn ich doch ich glaube das kriege ich hin dann bräuchte ich jetzt aber echt mal ich will halt die Küche nicht zu groß machen ich setze mir jetzt halt mal hier so ein Limit das ich will das nur bis hierhin haben und auf der Seite ne das ist zu groß und wie weit ich meine wie groß wäre das denn dann eins zwei drei vier dann sagen wir fünf ne ich finde vier ne vier finde ich schon ganz okay und dann sagen wir aber hier hin mach ich da einfach mal so ein Glasblock hin kann ja auch hier noch klicken hier hatte ich da noch so oder gar nicht so mache ich das am euch jetzt auch kein Glas mehr und dann fülle ich das jetzt einfach aus